Du hast dir noch ein Erinnerungsstück. Du hältst es zwar hinter dem Rücken, aber es musst du natürlich, wir haben es natürlich gesehen, Torwandhandschuhe hast du dann noch. Welche sind es und warum? Ich habe das vom Roman bekommen. Der fährt mich immer so in Tränen hin und her jeden Tag und ich wollte immer so von ihm haben und das hat der mir so gegeben.